heute ist freitag der 22 die erste 2016 das ist doch knackig kalt draußen ich komme gerade von draußen gucke und war das kann es kam ein zurückhalt vor und dann gucke ich hier nach sind minus acht grad ist kalt und gefühlte temperatur sind auch minus acht aber das kann mir also mir persönlich kann das kreis oder der wasser kreis Das war's für heute. Zeit rauszugehen. Cookie, komm. Steht vor meinem Hund, stampft mit den Füßen und knurrt ihn an. Und dann wundert sich, warum mein Hund bellt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So kalt. Also bei mir geht's, ich bin dick eingepackt, aber guck, ich friert. Sobald ich länger als, naja, 30 Sekunden stehen bleib, fängt es an zu bellen und zu kläffen. Weil es so weiter will. Das war's für heute. Das war's für heute. Wird wohl mal Zeit, das Innenfutter meiner Jacke einzuknüpfen. So, ich muss losarbeiten. Das ist meine innerliche Stimme, wie ich so jetzt zur Arbeit gehe. Wie einfach muss es lockend sein, wenn man in einer größten Stadt wohnt. So wie Berlin oder so. Da ist immer was los auf den Straßen. Aber hier in diesem Dorf. Was ist das? Well, my mystery is ending the frame. We standen in the rain. After Escaping Shawshank, coming out the drain. And these days, you ain't holding me back. I'm flowing these raps. The pain in the ain't a thing. When the music in my brain I maintain. Who's draining, we staying on the path. Other rappers tried to add it up. We couldn't do the math. Yo cut the pie-man, then multiply it, yo fuck the lion. We lion's. Made of iron. There's no denying. Supplyin of diamonds. My mind is the perspective, direction is the best shit You let live, I let live The destiny is destined, we press bands, you press players Freer than express ways, we express these essays So let's say there's more to see than war and peace What about the love, cause honestly it mean the world to me Writing lines immortally in order for the peeps to play These words, they got inspired by some cuts from my DJ What mean the world to me is being free Blip, 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 blip Boop, blip, blip. Blip, blip Blip, blip in the world to me is being free I got to também to shower Hopefully my life leaves What are we looking for now... No über was ich jetzt mit euch reden kann oh mein gott kurze blackouts passieren schon mal naja mir ist nichts eingefallen und irgendwie ich bin heute irgendwie ziemlich erledigt ich weiß auch nicht was los ist aber ja am liebsten würd mich sofort ins battling und schlafen muss dieses video fertig machen naja mir fällt nichts weiter ein von naja wenn ich ziemlich erledigt keine ahnung warum naja ich danke euch trotzdem für eure aufmerksamkeit und wir sehen uns morgen wieder